Willkommen zurück Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben uns in den vergangenen Tagen jetzt die AI-Coins, die Cloud-Computing-Projekte nochmal angeschaut. Wir wollen heute so ein bisschen auf die RWA-Projekte reingehen, also das Thema Tokenisierung. Speziell natürlich auch Rio, ob Rio, also Realio Network, tatsächlich sogar das mit, auf Rendite bezogen, das beste, mit Abstand beste Projekt überhaupt für den Bullrun gewesen sein kann. Da haben wir nämlich auch neue Möglichkeiten und ich würde sagen, legen wir direkt los. Also gehen wir direkt rüber in den Splitscreen, schauen uns jetzt Rio an. Wir haben nämlich neue mögliche Ziellevel, möglich wieder wie gesagt, weil das alles ja erstmal noch nichts heißt mit der Reaktion. Generell müssen wir aber schauen, wir sind hier grundsätzlich von einem Cent knapp über einem Cent gestartet. Und ja, wir haben ihn letztendlich das erste Mal hier bei 13 Cent gecallt, dann ist er sogar einmal noch auf 10 Cent zurück und dann kam halt die wirkliche Rally mit einer richtig, richtig krassen Rendite. Ja, also so viel haben wir lange nicht mitgenommen. Das war, hat auch dementsprechend Tau und Fetch outperformed. Also Rio war zumindest auch in meinem Portfolio der mit Abstand stärkste Pick, den wir definitiv hatten hier. Und das hat natürlich einiges rausgeholt. So, auch hier haben wir jetzt neue Möglichkeiten anhand der Chartanalyse. Möglichkeiten, wie gesagt, weil das heißt erstmal noch nichts. Der hat jetzt natürlich erstmal hier jetzt rausreagiert und auch vom tiefsten Punkt aus plus 38% gemacht. Aber das heißt erstmal noch nichts. Also das gilt nach wie vor, der gesamte Kaufbereich, der kann natürlich auch nochmal eine Ecke tiefer gehen. Dann müssten wir das Level hier natürlich, also das B, adjustieren. Mal schauen, grundsätzlich immer noch relevanter Kaufbereich hier von 1,64 bis 1,10 Rio. Ich selber habe hier noch nicht nachgekauft, weil, ja, mein teuerster Kauf bei Rio war 13 Cent halt. Und dementsprechend, es fühlt sich einfach immer noch massiv zu teuer an. Selbst ein Dollar fühlt sich teuer an. Aber wir werden gleich sehen, dass da auch noch einiges geht. Also grundsätzlich ist da immer noch was zu holen. Aber, ja, ich würde den halt nur nochmal nachkaufen, wenn er auch wirklich hier den Bereich voll ausschöpft. Ansonsten hier kaufe ich selber nicht nach. Das muss aber jeder selber entscheiden, wie er das natürlich möchte. So, also. Gehen wir aber davon aus, die Reaktion reicht aus hier aus dem Bereich. Und wir werden damit das nächste High schlagen. Also das vorherige Alltime High. Das vorherige High. Dann würden wir dementsprechend diese Sequenz hier in blau aktivieren. Und damit auch den nächsten Startschuss einleiten. Bis nach oben zu 8 Dollar knapp. Also 6,59 bis hier Spitze 7,83. Wenn ein klein wenig überextensiert sind wir bei rund 8 Dollar auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall schon eine richtig krasse Performance. Denn, das müssen wir uns erstmal reinziehen. Grundsätzlich aus unserem, aus dem letzten Einstiegsbereich hier, ist vielleicht gar nicht mehr so viel. Ja, 300 bis 370 Prozent für alle, die hier vorne unten geschlafen haben. Aber aus unserem Einstiegsbereich, den ersten, den wir gecallt haben, sind das einfach mal 5.000 bis 6.000 Prozent. 50 bis 60 X. Und grundsätzlich kommt Rio natürlich hier aus dem Cent-Bereich. Knapp über einem Cent war das, wie gesagt, hier. Ein Stückchen tiefer. Also das sind hier einfach mal Spitze. Na, das war jetzt von 2 Cent ausgerechnet. Und immer recht schwierig, hier dann so den Boden zu erwischen. So, haben wir hier tatsächlich 97.000 Prozent. Dass wir das nochmal erleben dürfen auf jeden Fall bei einem Projekt. 97.000 Prozent. Also 970 X für Rio. Fast 1.000 X. Was ja auch immer noch möglich ist, das sehen wir auch nochmal gleich. Denn, das ist der krasseste Pick. Oder wenn das wirklich so kommt. Also die krasseste Rallye, die ich selber so je mitverfolgt habe. Außer, klar, wenn du natürlich zurückrechnest, wo Bitcoin gestartet ist bis heute. Und all solche Geschichten. Aber wo ich selber investiert war, wo ich nicht selber mit analysiert habe. Und so weiter von der Geschichte aus. Das ist schon richtig, richtig heftig. Und damit auf jeden Fall der beste Pick, den wir eigentlich so hier gehabt haben. Oder generell, ja, das beste Projekt, was man renditetechnisch hier für den Bullrun mitnehmen kann. Denn selbst das müssen wir uns einfach mal reinziehen. Wenn wir uns mal die Market Cap drauf anschauen. Also bei CoinMarketCap funktioniert dann noch gar nichts mit der Market Cap. Also auch generell, schaut euch allein das hier schon wieder an. Und der Gesamtgruppe Markt hat gerade einen Wert von 48 Milliarden. Das ist natürlich Katastrophe. CoinMarketCap kriegt das immer noch nach Real angezeigt. Und es ist ja immer noch ein Low Cap. Es ist immer noch ein Low Cap, obwohl der schon sein über 100x gemacht hat. Und wir wären selbst, wenn wir diese Level anlaufen hier, noch nicht mal im Milliardenbereich. Also das ist nichts. Wir wären noch nicht einmal auf Platz 85. Das ist so verrückt, selbst wenn Rio diese Ziel-Level anläuft. Also da ist immer noch richtig, richtig was zu holen. Denn wir dürfen nicht vergessen, es ist Projekt, also generell Thema RWA, Real World Assets, Tokenisierung, ist sowieso eins der Narrative. Und darüber hinaus ist es auch eins der wenigen Projekte, die SEC-compliant sind. Und ja, das ist natürlich auch offiziell bestätigt. Und das macht es einfach so krass. Viele haben natürlich auch gesagt, ja, bezüglich BlackRock. Und da streiten sich die Geister, ob das jetzt einfach nur ein Marketing-Move war oder nicht. Wenn ja, hat aber auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert. Und umgekehrt, das habe ich auch schon mal gesagt, wären das für mich irgendwie ein bisschen zu viele Zufälle auf einen Haufen. Weil ansonsten einfach Token an eine BlackRock-Wallet senden, können auch tausend andere machen. Da hat es auch keinen Effekt gegeben. Zweitens, rein zufällig genau das RWA-Projekt, wo ja generell Larry Fink auch das Thema RWA-Tokenisierung angesprochen hat. Und das einzige Projekt, was da wirklich SEC-compliant ist. Sind mir persönlich ein bisschen zu viele Zufälle auf einen Haufen. Von daher, ich schätze das schon sehr, sehr realistisch ein, dass da in Zukunft langfristig auch was kommen könnte. Aber logischerweise auch erst dann, wenn das Projekt deutlich höher steht. Es macht für BlackRock keinen Sinn, irgendwie eine Milliarde in den Low-Cap reinzuschmeißen. Dann würden wir mit einer Kerze, würden wir das hier sehen. Und der komplette Kleinanleger würde BlackRock auf den Kopf scheißen und BlackRock dumpen. Das passiert nicht. Deswegen, wenn, kommt da überhaupt was zustande, wenn wir hier deutlich höher stehen. Ich denke aber auch schon, dass wir da noch eine ordentliche Rallye sehen können. Und das soll er natürlich erstmal machen. Sprich, wenn es aber auch überhaupt erstmal losgeht, wirklich mit dem Bullrun, dann ist selbst dieser Bereich hier nicht mal die Top 100. Also, da geht, denke ich, noch einiges. Ich will jetzt auch kein Glaskugel-Angequatscher anfangen mit 50 oder 100 Dollar für Rio. Aber selbst das wäre auch noch nicht mal irgendwie die Welt. Also, damit wären die noch nicht mal ansatzweise in der Top 50, wenn es losgeht. Von daher, ich schätze das schon sehr, sehr krass ein. Also, meiner Meinung nach ist Rio definitiv das stärkste Renditeprojekt, was wir überhaupt hier haben. Im gesamten Bullrun, wo da noch am meisten zu holen ist. Also, wenn wir wirklich natürlich auch das gesamte X-Potential entfachen, von Boden bis dann zum vermeintlichen Peak. Ich denke, kein anderes Projekt wird eine derartige Rendite gefahren haben, wie Rio das macht. Und wir sind mittendrin, statt nur dabei. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Das auf jeden Fall zum Thema Rio. Schreibt mir gerne dazu eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr? Geht bei Rio noch oder ist da Schluss und das kommt gar nicht wirklich so hoch? Oder ist da wirklich die ultimative Rendite drin und wir werden auch noch gut zwei, wenn nicht sogar dreistellig im Bullrun mit Rio? Gut, schauen wir uns aber noch ein paar andere RWA-Projekte an aus dem Bereich. Wie zum Beispiel EGLD haben viele gefragt. Aber da ist halt einfach gerade wirklich nichts. Also, Thema Tokenisierung. Das Projekt hat sich meiner Meinung nach sehr, sehr gut weiterentwickelt. Aber charttechnisch ist das halt erstmal noch nichts. Und das ist natürlich auch das, was uns interessiert. Technologie hin und her, Möglichkeiten, Use-Case hin und her. Wir wollen wissen, wie wir damit Kohle machen können. Und da ist aktuell einfach nichts bei EGLD. Der ist hier durchgerasselt und da ist dementsprechend auch keine Ansicht auf diese Bewegung hier. Also, da müssen wir wirklich abwarten. Der muss sich jetzt erstmal beweisen, dass er nicht noch weiter abstürzt. So, Link gehört natürlich auch mit dazu. Für mich auf jeden Fall das sicherste Projekt und auch mein Favoriten-Projekt. Auch noch unter den OG-Coins, sagen wir es einfach mal so. Also, Link gehört für mich in jedes Portfolio als Stabilisator, was man meiner Meinung nach zumindest genauso wie Bitcoin und Ethereum ansehen kann. Also, natürlich nicht die Projekte miteinander vergleichen. Aber, ja, einfach was diesen Stabilisierungsfaktor angeht, so als sicherer Hafen in dem Sinne. Link wird definitiv ein Projekt sein, was nicht vom Markt verschwindet. Es wird auch renditetechnisch bestimmt nicht der Top-Performer sein. Aber, ja, den kann man, denke ich, gefahrenfrei auf jeden Fall ins Portfolio packen. Und so sieht es auch gerade aus. Wir haben natürlich sehr schön akkumuliert zwischen 5 und 7 Dollar. Auch das, wie gesagt, gar nicht die ultimative Rendite. Gerade ist es aktuell eine Verdopplung bis Verdreifachung, was auch immer du getroffen hast. Aber, ja, dafür ein sicheres Investment zu verdoppeln, Verdreifachen, ist auch schon sehr, sehr gut. Und da geht natürlich auch noch deutlich mehr. Ja, also auch hier mögliche neue Zielevel in dem Fall. Weil erstmal, ja, hat er die Reaktion gezeigt. Grundsätzlich heißt das aber natürlich noch nichts. Na, der kann auch hier genauso gut erstmal wieder runterkommen und das hier erstmal zerstören. Aber, wenn wir natürlich spekulativ von der nächsten Möglichkeit ausgehen, denn die richtungsweisende Bewegung in dem Bullenzyklus bleibt natürlich gleich. Wir wollen den nach oben ziehen und wir wollen aus diesem Bereich hier die Reaktion sehen. Dann haben wir folgenden Bereich erstmal der Hilfssequenz. 40 Dollar bis 47 Dollar für Chainlink Link. Das wäre doch auch schon mal auf jeden Fall eine sehr stabile Performance. Würde natürlich auch den Bereich hier durchbrechen, was sehr, sehr gut wäre. Also das Level hier in Rot, das ist das entgegengesetzte Korrekturlevel, der Abwärtsbewegung. Das ist noch das, was einige befürchten, dass hier von wegen Schluss ist und dann geht es schon wieder abwärts, so in diese Richtung. Ja, deswegen, es ist definitiv ein ernstzunehmendes Hindernis in der Chartanalyse. Müssen wir beobachten. Aktuell sieht die richtungsbeweisende Bewegung aber sehr, sehr gut aus und da müssen wir schauen, ja, prallt er ab oder zieht er durch? Schauen wir uns, wie die Charts sich verhalten. Gegebenenfalls, ja, wenn es nicht so gut aussieht, können wir hier sogar eine Short-Position davon eröffnen und trotzdem profitieren. Ansonsten erst mal schauen, wie sich das Ganze hier entwickelt. Ja, das auf jeden Fall zu Link. Ich denke, da geht auch noch einiges. Top-Tokenisierungs- und natürlich auch Interoperabilität-Projekt. Also Chainlink, wie es der Name auch einfach schon sagt, ist einfach das Herzstück von Krypto in dem Sinne. Was die Verbindungen, Partnerschaften, Möglichkeiten, Erweiterungen angeht, das ist schon sehr, sehr wild auf jeden Fall und daher auch einer meiner Favoriten im Portfolio. Ja, also nach wie vor, das haben auch mal viele gefragt, einmal so nebenbei, meine Favoriten oder meine Top-Projekte im Portfolio sind logischerweise Bitcoin, Tau, Render, Link. Ganz blöd gesagt, was anderes brauchst du fast nicht. Also diese vier, damit bist du auf jeden Fall top abgesichert in deinem Portfolio. Alles andere kann dann natürlich folgen. Gut, ja, das auf jeden Fall dazu. Dann haben wir Link, QNT gehört natürlich auch noch dazu, aber da ist auch nichts. Also genau wie bei EGLD, da ist gar nichts aktuell. Der hat zwar hier beim Key-Price-Level nochmal angelaufen, reagiert, hat aber ja auch kein Lower-Low gemacht, also dementsprechend das B nicht unterschritten. Also hier gilt nach wie vor die Sequenz in Türkis, die wir seit September 2023 eigentlich schon sehen wollen, dass er den Bereich hier anläuft. Und das sieht mir danach aus, als würde er hier noch ein bisschen dümpeln, bis er dann langsam aber sicher mal Gas gibt. Also QNT hängt ein bisschen hinterher. Müssen wir, wie gesagt, abwarten. Ich habe meine QNT noch im Portfolio, ich habe die nicht geswappt. Und ja, müssen wir schauen. Das sind nach wie vor die Ziel-Level erstmal bis Richtung 400 Dollar auf jeden Fall, was natürlich zumindest bei der Spitze hier oben auch ein neues All-Time-High für Quant wäre. Ja, schauen, wie der sich weiterentwickelt. Aktuell ist da nichts zu machen. Gut, dann hatten wir noch ein Low-Cap, oder wir hatten einige Low-Caps, über die wir auch mal gesprochen hatten. Ja, für mich, Landshare wäre auch noch dabei. Landshare, wisst ihr, hatte ich ja geswappt gehabt. Ansonsten, Soil bin ich in dem Sinne noch drin. Wir stehen immer noch im Plus. Wir haben ihn bei 1,22 Dollar auf dem Channel gecallt, genau in Richtung der Rakete. Ja, zwischenzeitlich hätte man natürlich auch schon 3X mitnehmen können. Okay, habe ich selber auch leider verpasst, aber man muss auch bedenken, das ist ja auch noch ein Low-Cap. Also, ich will auch gar nicht weiter auf die Entwicklung des Projekts eingehen, weil so oder so, egal wie sich das Projekt weiterentwickelt, wenn hier keine neuen Exchanges oder sowas dazukommen, dann kommen keine Käufer rein. Das ist ganz einfach so und da müssen sie natürlich dran arbeiten. Die müssen das Projekt per se pushen, die müssen weiter Marketing betreiben und dann schauen, dass da auch weitere Börsen gelistet werden, damit mehr Handelsvolumen reinkommt. Ansonsten ist es definitiv mein Low-Cap-Favorit. Rio natürlich außen vor gelassen. Rio ist so gesehen ja auch noch ein Low-Cap. Aber, ja, in dem Fall Soil bin ich da noch drin. 6 Millionen Dollar Market Cap ist immer noch nichts und das wäre aber trotzdem auch so ein Projekt, wo ich definitiv, wenn der in Richtung 10 Dollar geht, zumindest mal Profite ziehen. Aber das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass man da kurzfristig auch gut was mitnehmen kann. Jetzt gerade ist halt so ein bisschen Flaute. Alle gehen so wieder in Richtung langsam Angst. Was passiert jetzt hier? Schon lange kein neues All-Time-Hall beim Bitcoin. So die Bullen-Stimmung, die schwankt gerade einfach so ein bisschen. Und das ist gerade etwas schwierig im Markt, sofern das aber zurückkommt. Sobald der Bitcoin hier wieder ein neues All-Time-Hall macht und sei das dahingestellt, sei das in einem Monat, sei das vielleicht auch erst in drei, vier Monaten, Jahresende, was auch immer, dann zieht alles wieder mit, dann geht alles wieder richtig los und dann knallen auch die Narrative nochmal richtig. AI, Cloud Computing, Tokenisierung, RWA und auch die Low-Caps aus diesem Bereich, die werden richtig durch die Decke gehen. Ja, jeder große amerikanische Influencer wird genau sowas hier. Solche Low-Caps werden die schillen ohne Ende auf Twitter und da wird ein Handelsvolumen, ein Kapital reinfließen, ja, dass wir das mitnehmen können. Aber auch ganz klar gesagt, das ist natürlich auch ein Zock. Also, da gehören nicht die Life-Savings oder sowas rein. In dem Sinne, ja, abwarten und Tee trinken, ob da auf jeden Fall noch was geht. Gut, das war's dann mit dem heutigen Video. Wie gesagt, Rio könnte definitiv renditetechnisch das absolute Knaller-Projekt im gesamten Bullrun sein. Ich wüsste jetzt nicht gerade, wo das in irgendeiner Form überboten werden könnte. Und dann lasst ihr mir gerne, wie immer auch, ein Like und ein Abo da und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was so eure Preisziele für die gerade genannten Projekte tatsächlich sind. Vor allem auch für Rio oder auch Soil seid ihr da auch drin. Erhofft ihr euch da großartig was. Ja, wie geht ihr damit um? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.